Das Hotel Dobrotiza liegt in Albner in Norden-Warner. 40% der Gästen empfehlen das Hotel weiter. 23 Gäste haben das Hotel als gut bewertet. Durchschnittlich wurden 4,4 von 6 Sonnen vergeben. Leider liegen nicht mehr Bewertungen als die 23 vorhanden vor. Daher sind die Aussagen mit Vorsicht zu genießen. Nun die Bewertungen im Detail, Lage und Umgebung. Das Hotel hat eine sehr gute Lage, was sich durch die Einkaufsmöglichkeiten in der Nähe, gute Verkehrsanbindung, Bars und Restaurants um die Ecke sowie Entfernung zum Strand auszeichnen kann. Es werden 5,3 von 6 Sonnen vergeben. Service 4,9 von 6 Sonnen erhält das Hotel für den Service. Dieses spiegelt den guten Service des Hotels wieder. Sport- und Unterhaltungsprogramme Ein gutes Sport- und Unterhaltsprogramm hält dieses Hotel für seine Gäste bereit. Insgesamt erhält das Hotel 4,7 von 6 Sonnen in dieser Kategorie. Hotel allgemein. Der gute Zustand und Sauberkeit des Hotels gefällt den meisten Gästen, die sich hierfür mit 4,2 von 6 Sonnen bedanken. Gastronomie Gastronomie Das Angebot der Küche dieses Hotels entspricht den Erwartungen der Gäste und wird mit 3,9 von 6 Sonnen als gut bewertet. Zimmer Akzeptable 3,4 von 6 Sonnen wurden für den Zustand der Zimmer vergeben. Sprechen Sie am besten mit Ihrem Reiseveranstalter oder rufen Sie direkt beim Hotel an, um nähere Informationen über das Hotel zu bekommen. Das waren Informationen zu der Lage, Service und Ausstattung des Hotels. Angebote und weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie dem Link unterhalb des Videos folgen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.